Ist halt schon hier wieder gefallen, ne? September und dann Januar. Ja, kann sein. Ist ja auch, keine Ahnung. Aktuell sind es auf jeden Fall eine Menge Spieler so. Äh, woher? Was war denn das eigentlich für ein Start jetzt mal gerade? Was war denn das? Eieieiei. Gott sei Dank. Der Typ da hinten hat den Gleiter anscheinend. Da wissen wir jetzt, wo einer ist. Mein Gott, ey. Ey, wie viel gerade ankommen. Aber irgendwie macht das auch im Moment Spaß, muss ich sagen. Ist cool. Da ist er doch. Ne, das ist jemand anderes. Der hat gut getankt hier. Okay. Oh, mit dem letzten Schuss noch. Hm. Großer. Bringt es leider auch nicht wirklich. Wie man halt einfach nichts mehr erkennt, wenn ich das Ding so spamme, ne? Geht. Okay. Ist das jetzt auch noch neblig, macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Hm, ich erkenne ihn nur schlecht. Da fangen wir mal in ein Nate rein, vielleicht juckt ihn, dass er sich mal kurz bewegt oder so. Da ist er. Sieht stark danach aus, als wäre das hier so ein Stein. Hier ist ein Stein, der nichts drin ist. Okay. Hau, 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 hau! Ist ja nochmal reingeschafft, da hinten. Ich sehe den anderen. Ah, fuck. Schon wieder einer abgehauen hier, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Da kommt noch der nächste an. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Kann man gleich rausfinden, Herr. Ich werde die 40 Sekunden hier warten, denke ich mal. Dann werden wir gleich wissen, wo der Typ ist. Da gegenüber. Am Stein dann wahrscheinlich, oder? Da hinten irgendwo. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon.